Willkommen bei Amnesia the Dark Resents, ich wollte ein kurzer Hinweis zur Optimierung deiner Spiegelittenze. Das ist also nur eine Demo Leute, kein richtiges Display, nur eine Demo. Ich will nur schauen wie das Spiel ist. Amnesia ist kein Spiel in dem es darum geht zu gewinnen. Konzentrierte das auf die Welt und die Story im Spiel. Du brauchst dich während des Spiels nicht um das Abspeichern zu sorgen, das übernimmt dies für dich. Wenn du das Spiel beenden willst, wähle einfach Speicherung und beenden. Mit der Weiterspiegel kannst du dann an der Stelle im Spiel fortfahren, an der du das Spiel verlassen hattest. Die Welt von Amnesia ist gefährlich und du bist sehr verletzlich. Versuch dich nicht deine Feinde zu besiegen, nutze stattdessen dein Verstand. Versteck dich oder lauf weg, wenn es nötig ist. Das Zusammenspiel von Hell und Dunkel ist sehr wichtig im Spiel, deshalb ist eine richtige Gamma-Einstellung äußerst wichtig. Verwende den Schieberregler unten, um die Gamma-Einstellungen vorzunehmen. Stell ihn so ein, dass das richtige Viereck kaum noch zu sehen ist. Für beste Effekte solltest du außerdem in einem gut abgedunkelten Raum spielen und Köpfförer verwenden. Das tue ich. Was? Bis das richtige Viereck kaum noch zu sehen ist? So glaube ich. Das ist alles. Wir hoffen, dass taus voller Spannung in die Welt von Amnesia ein. Fiktional Games. Tragen einen Namen des Profis ein. Auswählen. Neues Spielbeginn. Oh, mein Arm ist nicht ganz abgedunkelt. Da ist noch ein Rollladen offen. Moment, ich schliess ihn mal schnell. Okay. Oh, mein Name ist Daniel. Ich wohne in London. Und, uh. Mayfair. Was habe ich gemacht? Das ist verrückt. Ich werde nicht vergessen. Ich muss ihn stoppen. Fokus! Mein Name ist... Ich bin Daniel. Äh, äh, bin ich. Ai, ai, ai. Ah, das ist für ein Journal. Oh. Hä? Oh. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Eine Flasche. Wie nehme ich Sachen? Hier springe ich mit der Leertaste. Also, okay. Yeah! Bier! Bier, Bier, Party! Bier, Party! Ups. Was ist das? Zunderbüchse! Gut, dann schließen wir mal die Türe. Ah, ich muss sie gedrückt halten, okay. Ja, ich hab den Hinweis schon gelesen. Hä? Hä? What the hell? Sag mal, werden die Wände enger oder was? Oder will ich mir das nur achten? Alter, ist das krass. Was? Also, die Atmos... Also, die Atmosphäre im nächsten Jahr ist echt geil. Oh, ein Asthmaanfall! Okay, Asthmaanfall vorbei. Loll! Ich mach nix und... Ich zoome irgendwie ran. Sehr krass. Oioioi! Es ist hier dunkel. Eine Laterne! Laterne! Sonne, Mutter und Sterne! Papier! Ja! Das ist der Tag, 1839. Ich wünsche mir, wie viel du erinnerst. Ich weiß nicht, ob es noch etwas bleibt, nachdem ich diese Brüche zu essen. Nicht Angst, Daniel. Ich kann dir nicht, warum, aber wissen Sie das. Ich entscheide mich, zu vergessen. Versuchen, zu finden, und zu streng in diesem Fakt. Es gibt ein Ziel. Du bist mein letzter Weg, um alles richtig zu machen. Gott sei Dank, der Name Alexander von Brandenburg immer wieder in dich invogt bitter Angst. Wenn nicht, dann wird es so schlimm. Geht nach dem Inneren Sanctum. Find Alexander. Und kill ihn. His Körper ist old und weak. Und yours? Young und strong. Er wird kein match für dich. Eine letzte Sache. Ein Schatz ist folgen. Es ist ein Leben langer. 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 Ich habe versucht alles. Und es ist kein Weg zu retten. Du musst es so lange wie du kannst. Räum uns beide, Daniel. Descends in die Schmerz, wo Alexander wartet und ihn zu töten. Dein früherer Selbst, Daniel. Ah ja. Okay. Was ist das? Ich bin Legasthetiker. Ich kann keine Buchstaben schreiben. Weg damit. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich bin bewachen mit einem Stuhl. Ich bin bewachen mit einem Stuhl. Ich habe einen Stuhl. Geh weg. Stuhl beschützt mich. Stuhl. Raffinerie. Hahaha. Nein, mein Stuhl. Scheiße. Ich habe vergessen den Stuhl mitzunehmen. Nein. Ich brauche den Stuhl. Egal. Ah. Was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das für die Schmerz? Das ist. Bleib nah. Bleib vorsichtig. Bleib vorsichtig nicht zu streben. Was ist das für die Grund? Warum ist es so schmerz? Begemerke mich, Dandu. Es ist wichtig, dass du weiter gehen und sicher nicht zu streben. Oh, oh, oh. Das Spiel ist echt. Nichts für Weicheier. Licht. Hallo. Entschuldigen Sie. Ich suche den Weg nach draußen. Hallo Sie. Hallo. Hallo Sie. Er ist gestorben. Okay. Wir trinken Bier mit meinem Kumpel. Oktoberfest. Barkeeper. Ich kriege keinen Whisky. Jetzt bin ich sauer. Ich flambe auf dem Tisch rum. Hallo. Ich sehe jemand. Es sind keine Zanderbüchsen mehr übrig. Oh mein Gott. Was ist das? Nein. Ich drücke noch mein Bier. So, ich bewaffne mich jetzt. Damit... WAAAH! 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 Es ist von der anderen Seite blockiert. Kann ich es nicht aufziehen? Nein, geht nicht. Okay. Öl. Kann ich da durchkriechen? Ja. Lecker Kadaver. Was ist hier? KEIN ÖL! Hm. Ja. Ah, ok. Kann ich das nehmen? Toll. Jetzt bin ich ja mit deinem Fass. Min! WEIN Ich glaube, ich muss die Tür aufmachen, oder? So Was ist das? Etwas blockiert die Kurbel und die Rolle Für was? Für was? Ach so Okay, okay Was soll ich dann damit machen? Ich habe keine Ahnung Die steckt fest Geht's ja nicht irgendwo anders weiter Hm Kann ich die mitnehmen, die Fackel? Nein Was zum Teufel Ich habe gerade Schaden gekriegt aus irgendeinem Grund Was ist denn da drin? Stinkt es so sehr, dass man da Schaden kriegt, okay? Hm Hm Ha Oh Ich glaube, jetzt laufe ich zurück Nee Kann man da nicht irgendwie rennen? Rennen um dein Leben Hm Ich speichere mal schnell Ah, okay, da ist Autosave drin All right Und dann schaue ich mal nach, ob es aufgenommen wurde Bis gleich Ja, es wurde aufgenommen Sonst würde es jetzt nicht so flüssig Äh Sonst würde es jetzt nicht so Denken Also ich habe kurz auf Gehört zu zocken Habe ich mal ein bisschen rumgescrollt Und es ging viel schneller Und jetzt ist es ein bisschen langsamer Das heißt, es wurde aufgenommen Hm, ich glaube, ich muss da was freilegen Die Luke ist so schwer Um sie mit der Hand zu heben Zack, das ist deine Mutter Was ist Blockiert Die Kurbel Und die Rolle Etwas Aber wo? Ich verstehe es jetzt so richtig Bloß, da fehlt so ein Seilteil, oder? Halt die Fresse, du Töle Ich versuche hier zu arbeiten Okay Hä Hä Ah, okay Oh, das ist nur eine Fackel Okay Jetzt nehme ich mir mal das hier Du verdammte Kurbel Ich raste hier aus Was? Ich verstehe es nicht Was muss ich hier machen? Ach da Da ist ein Ass dazwischen Wie komme ich da hin? Oh, das ist normal Nö Also Ass weg Na los Ass, link die Maustaste So, jetzt Er funktioniert, der Schrott Ab geht's in die Finsternis Scheiße, wie tue ich mich jetzt Blut 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 Hm Heller Ach, rief Ich kann nicht lesen Tut mir leid Das war ein Fall Oh, hallo Aua Aua Lass mich denn hoch Au Bleib vom Wasser fern Okay Mir ist überall Wasser Ech 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 Kommst du nicht hoch Kommst du nicht hoch Kommst du nicht hoch Kommst du nicht hoch Ech Ech Loser 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 Kannst du nicht Kannst du nicht Kannst du nicht Bist du blöd dafür Bist du blöd dafür He Ist er weg Okay Das hat meine Frage beantwortet Hua Ech Erkommt du jetzt hoch Nene Nene Es geht doch weg Oh man Ich heg du Ich hab das einfach Nein Ich bin Nicht In Sinh Dann verschwinden Sä Steht da im Tipp drin Und bist weg. Hä? Ich sehe gar nichts. Ja, ja, deine Mutter. Hm, Ziegelsteine. Könnte ich in Minecraft nachbauen. Die Spinnnetze kann ich leider nicht platzieren. Muss ich alles in der Mine bauen, ne? Ja, ja, ja. Das ist ja gut. Das verpisst dich doch endlich. Soll ich einfach weiterlaufen? Ich laufe jetzt einfach weiter. Das tue ich mir doch nicht an. Aua, aua. Aua. Ach so, ich glaube, ich muss da immer von Ding zu Ding jumpen, oder wat? Okay, dann eben nochmal. Mann, es ist das laute Spiel. Und, hoppa. Jump, jump, die neue deutsche Welle. Jump, jump. Ah! Hm. Oh. Oh. Ah, ah, ah. Komm. Okay, wenn das bei mir in real wäre, hätte ich auch Tschüss. Was? Hallo? Monster? Monster? Wo bist du? Hallo? Wer ist denn hier? Du bist hier, was? Hm. Glück, glück. Okay, dann latscht ich mir hier dann. Na 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 na. Komm, zähnen durch. Komm, zähnen durch. Bäh, 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 bäh. Waaah! Immer gechillt bei einem Viech. Mensch, die fressende Viech. Wo ist er? Wo ist er? Hey, ein Schädel! Hallo, Großmutter! Wo ist der Schädel da? Genau! Lol, der frisst das. Ich hör das geknackst. Hört's das? Das können aber nur Wassertropfen sein. Okay, wo geht's jetzt weiter? Oh Mann, das ist viel zu laut! Er knackst an dem Schädel von Omas Schädel. Ne Quatsch, er knackst an dem Omas Schädel. Schädelfresser. Waaah! War nur Spaß! Waaah! War nur Spaß! Hm, wo geht's hier denn jetzt weiter? Ich hab keine Ahnung. Waaah! Tjaa! Dann schaff ich mal hier lang. Ja, er verhäut uns immer noch, ne? Kann man da nicht irgendwie den Schädel auf den schmeißen oder so? Also von der. Lass mich doch in Ruhe Wo gehst du jetzt weiter? Wo geht denn hier jetzt weiter? Ich jump jetzt mal da lang Ja ich jump jetzt da kommt die Musik So was lustiges Wenn ich jetzt eine AK hätte, das wäre so witzig Ich hab doch gesagt ich kann nicht lesen Friss das Buch Geh ein Buch Geh weg Du geh? Ich war grad voll auf den drauf, habt ihr es gesehen? Epileptische Anfall Da 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 Jaaaa Ah hier ist ein.. hier geht es weiter Hier ist eine Bahreur oder sowas Alles klar, dann jump ich mal weiter lang Hoppa. Vielleicht sehe ich das viel, wenn es hier im Licht ist. Hoppa. Jetzt wird es gleich. Scary. Drei, zwei, eins. Hüi. No, 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 no. Hier scheint es aber weiter zu gehen. Oh man, ein Loch, ein Gitter. Verfolgt doch jemand anderen. So. Ein schweres Tor. Na super, und jetzt? Hallo, geh auf. Oh, dann muss ich da irgendeinen Schalter finden. Der ist wahrscheinlich wieder im anderen Raum. Dann muss ich wieder zurücklatschen oder was? Okay, dann laufe ich wieder zurück. Also komm mit, Fischi. Ja, braver Fischi. Äh, du! Fischi! Ja, ja, ja. Hm, jetzt müssten wir den doch eigentlich sehen, oder? Ein unsiegbarer Fischi. Ist ja witzig, was er alles gibt. Hm. Da ist er, okay. Alter, wie laut das ist! Dann vibriert der gleich mein ganzes Zimmer. Okay, wo ist jetzt dieser Schalter? Schalter! 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 Hallo! Ist hier ein Schalter? Was ist das? Um den körperlichen Zustand zu verbessern. Also quasi wie so ein Medipack. Klick, weil ich stand doppelt auf das... Was? Tabulator? Was ist die Tabulator-Taste? Ich weiß. Ah, da! Okay. Die Laterne hilft dir Licht im Dunkeln. Aber die ist geradeaus. Na, verwenden wir das jetzt mal. So, jetzt hat er sein Astro-Spray verwendet. Hm. Vielleicht ist der Schalter doch da. Oder liege ich ganz falsch? Oder muss ich was anderes machen? Ja, ist ja gut! Ich bin schneller als du. Ich edge-back. Alles eins ist klar. Ich muss das Teil irgendwie öffnen. Aber ich brauche etwas Schweres dafür. Also, was Schweres, um das zu öffnen, meine ich. Da-da-da-da-da! Hm. Wie öff' ich den Scheiß? Wie öff' ich den Scheiß? Muss ich wohl wahrscheinlich ganz zurücklatschen, oder was? Was würde ich als Spielhersteller machen? Ähm. Geh auf! Oh, look! Oder muss ich lauern drücken, oder was? Nein, ich muss das irgendwie aufstemmen, oder so. Wenn's geht. Ich hab das Spiel nur ein bisschen von das Mirkoll-Pilg-Szenen. Und ich hab da nicht genau gesehen bei der Stelle, was der da gemacht hat. Oder ist es bei der Demo anders? Nein, ich schaue jetzt noch ein bisschen rum, ne? Während uns der Fisch da verfolgt. Sooo. Hm. Leck ist da ja weiter. Nein, Fischi, lass mich in Ruhe. Aua! Er hat mich verletzt. In meinem Herz hat er mich verletzt. Ach, da ist der Schalter! Ja, nein. Okay, und jetzt zurück! Hallo, Fischi! Ich bin schneller als du, Fischi! Ich glaub, man muss das jetzt so schnell machen, schätze ich ja mal. Sonst geht's, glaub ich, zu. Oh, Mann, der Fischi ist immer noch da. Scary, scary. Dieses Spiel ist echt scary. Wah! Ein Leben, bitte! Oh, Mann! Wo war der Autosave? Okay, super. An der Stelle, wo wir gestorben sind. Sehr schön. Ich muss da rüber, ohne dass der Fisch uns packt. Ich hab noch ein Leben. Hä? Was mach ich da? Ich tipp da gerade E, und was ist mit Q? Andere Seite, dachte ich mir. Hm, da muss ich mal nochmal. Ja, dann werden wir mal entkleben in dem Spiel. So. Hm, wer hat da seine Hand liegen gelassen? Das ist deine. Hier, bitte! Öh, okay. Öh. Okay. Wo ist jetzt der Gangsterfisch? Fischi! Fisch! Er hat die Hand gefressen! Oh mein Gott! Man frisst keine Hände! Du bist doch nicht Karl von Lammes mit Hüten, oder? Er frisst jetzt tatsächlich die Hand. Guten Appetit! Hier, bitte! Ich glaub, jetzt haben wir ihn abgelenkt. Alles klar. Ey, hier sind noch ein paar Hände. Oh, ein Brustkorb ist ja schön. Ey, du! Mittagessen! 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 Ja, genau. Rüst den Scheiß. Wo ist jetzt die... der Schalter? Hallo, Schalter! Bist du hier irgendwo? Oh oh! Oh oh! Sag bloß, du bist immer noch nicht satt. Du willst immer noch ein bisschen was haben, ne? Also gut, dann latschen. Obwohl... Ah, das kann so's kann sein. Weil wir haben ja vorhin die... Hier muss doch ein Schalter sein! Okay, jump! Wenn ich jetzt... Wenn ich wüsste, wo der Schalter ist, dann würde ich das forthin latschen. Aber hier ist eine... Diesen Bereich hätten wir durchsucht. Dann nehmen wir ein weiteres. Nehmen wir mal diesen... Was ist denn das eigentlich? Naja, ich glaub, das ist... Das ist, glaub ich, das gebran... Ein Bein oder so. Okay, hol dir das Bein! Ja, wir haben das Mager, ne? Das ist Almas Haustier von Föhr. Ich darf jetzt einfach mal rum, dass ich da einen Schalter gefunden hab, so. Ja, hier liegen noch ein paar Gebeine rum. Hey, du! Brust! Hol dir die Brust! Ja, brav! Ja, fein! Ja! Ich mag's, du nicht! Hey, ist das da hinten, der Schalter? Lecker! Lecker, lecker! Blutpumpe an der Decke! Ah, da! Das ist ne Kurbel! Okay! Hey, du! Hol dir die Hand! Hol's dir! Nein, hol dir die Hand, Mensch! Du sollst dir doch die Hand holen! Die Hand da! Ja, gut! Jetzt muss so schnell sein! Schneller, 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 schneller! Das Masse sind los her! Oh-oh! Ich bin tot! Ah, das hab ich schon gesehen! Das hab ich schon gemerkt! Oh, man! Jetzt bin ich wieder hier! Naja, zum Glück weiß ich jetzt, wie's weitergeht! Und jump! Und jump! Und jump! Ey, du! Nimm mal dieses Bein hier! Und hol's dir! Hol dir doch das Bein Meine Fresse ist der heikel Hier, schmecken die Arme mehr? Magst du Arme mehr als Beine? Oder hier habe ich noch einen Hey, wo ist er denn, der Fisch? Hier scheint hier einmal zu sein LOL Ja, aber ja, Zeit, es aufzumachen, ne? Okay, hier ist offen Oh, oh Nein, noch ein Fisch Ich muss gerade den Sound ein bisschen leiser machen Oh, meine Fresse Hey du, Hand Hol dir die Hand Da Bein, Bein, hol's dir Ja, das ist mager, ne? Das ist mager Schnell weg Schnell Schnell Kann man die Tür zumachen? Nein Auf dem Schloss Brandenburg geht das Böse umher und ein schrecklicher Schatten Kommt Naja, der dunkle Ja, der Weg ist so clever, dass ich wüsste schafft zu ihm leben Ja Ja, genau, dunkel Das war die Demo! Dann 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 ran